Damit endete die letzte Folge. Was es damit auf sich hat und wie es mit dem Diorama vorwärts geht, seht ihr gleich. In Mombach liegen nicht nur alte Schienen, sondern auch dieses Signal, ausgebaut und auf zwei Holzträgern abgelegt. Ich nenne es das schlafende Signal und dieses Detail will ich auch ins Fotodiorama integrieren. Dazu habe ich neben diesen beiden selbstgebauten Trägern auch schon erste Versuche mit der zerrissenen Plastikfolie gemacht, indem ich die Loks und Wagen beiliegende Schutzfolie einfach kräftig mit der Drahtbürste bearbeitet habe. Nachdem der Schottertest erfolgreich war, gab es außerdem einen Anruf im Schottermischwerk. Ich habe aber dann doch den Anteil des ganzrostigen Schotters R20 nochmal runtergefahren. Auf vier Teile DD und vier Teile R15 kommt jetzt ein Teil R20. Ich habe mir nämlich noch eine dunklere Mischung für das Absteckgleis gemacht und die wollte ich dann nicht zu dunkel haben. Sie sollte sich aber dennoch vom Hauptgleis unterscheiden. Den Edding habe ich übrigens verlegt, deshalb die Beschriftung mit dem Chromstift. Am Diorama wurde dann die Trasse mit Maskingtape abgeklebt und der Rest mit einfacher Baumarkt-Abtönfarbe braun angemalt. Das wäre vermutlich vor dem Verkleben der Mauer einfacher gegangen. So musste ich halt um die Stützen herum arbeiten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bei der Suche nach dem dafür am besten geeigneten Material bin ich auf Holzmaché gestoßen. Viele dürften Pappmaché oder alternativ industrielle Produkte wie Sculptamold kennen, was immer eine Riesensauerei ist. Ich hatte gedacht, das wäre mit Holzmaché vielleicht anders. Der Packungsinhalt wird mit 250 ml Wasser vermischt und dann muss man das Ganze gut durchkneten, bevor es mehrere Stunden luftdicht verschlossen ruht. Und nach dem Kneten sieht man halt so aus und sollte das Denken besser den Pferden überlassen, die haben die größeren Köpfe. Zur Vorbereitung habe ich die Geländematten zunächst an den Rändern leicht eingerissen, um eine unsaubere Kante zu bekommen. Ich hatte gehofft, am Ende einen schmalen, aber kompletten Streifen zu haben. Das hat leider nicht geklappt. Sobald man auf einen etwas größeren Grasbüschel trifft, reißt das Material ab. An der Nahtstelle wurde dann Holzmaché aufgebracht. Dabei darauf achten, dass die Finger immer leicht feucht sind, beziehungsweise auch mit etwas Wasser nachhelfen, um das Maché möglichst dünn und glatt aufzubringen. Die Matten selbst wurden wie empfohlen mit Alleskleber direkt auf das Terraform von Noch geklebt. Die Ränder werden leicht in das Holzmaché gedrückt. Hier ist eine Pinzette hilfreich. Am Mauerabschluss darauf achten, dass keine Folie hinter der Mauer hervorschaut. Der verbleibende Spalt muss nach dem Durchtrocknen des Maché dann noch an das restliche Landschaftsbild angepasst werden. Die eingetroffene Mischung aus dem Schottermischwerk konnte als nächstes verarbeitet werden. Die Korkbettung wurde dazu in die Schotterhilfe von Coemo geklemmt, an der Schräge mit Weißlein bestrichen und mit Schotter bestreut. Übriger Schotter wurde abgeklopft und das Ganze dann für alle Korkstreifen der Hauptstrecke wiederholt. Nach dem Wechsel des Schotterbehälters konnte auch die Bettung für das Abstellgleis eingeschottert werden. Dieser Schotter wurde auch für den Prellbock von Bergsberg verwendet. Nachdem er kurz angetrocknet war, wurde auch hier überschüssiger Schotter abgeklopft, der verbliebene Schotter mit Isopropanol behandelt und anschließend Scenic Glue auf den Schotter geträufelt. Wie man hier sehr schön sieht, hat man durch das Aufbringen des Isopropanol als Fließverbesserer auch keine Klümpchenbildung wie noch beim Schottertest. Zu viel Scenic Glue lässt sich vorsichtig mit etwas Küchenrolle aufnehmen. Ich hatte kurz überlegt, auch für den Bereich neben der Trasse Wellberg Matten zu nehmen. Beim Ausmessen der Abstände zwischen den Stützpfeilern musste ich aber feststellen, dass noch da nicht so genau gearbeitet hat. Ein vernünftiges Vorbereiten der Matte würde also nur funktionieren, wenn man die Schnittkanten direkt von der Mauer auf die Matte übertrüge. Da ich keine zweite Mauer auf Vorrat habe, scheidet das also aus. Unabhängig davon muss aber zunächst die Bettung auf das Diorama. Im Bereich der Hauptstrecke wurde dafür in der Mitte dunkelgraue Abtünfarbe aufgebracht, damit das Styrodur nicht durchblitzt. Geklebt wurde mit dem gleichen Styroporkleber, mit dem ich auch schon die Mauer befestigt habe. Dessen größter Nachteil? Er ist nicht transparent. Da die Ränder, wie auch der Mittelbereich der Parallelstrecke, aber eh noch nachgearbeitet werden müssen, ist das auch kein größeres Drama. Hier noch einmal ein Blick auf die beiden unterschiedlichen Schotter der Hauptstrecke und des Absteckgleises. Auch ein großer Vorteil des Styrodur-Untergrundes? Man kann den Kork problemlos mit Stecknadeln an Ort und Stelle halten, bis der Kleber wirklich abgebunden ist. Wie auch unter dem Korkantel-Unterreg siglo. Man kann das Korkantel-Unterfolg um- $30. Vielen Dank.